Moin Leute willkommen zurück zu einer neuen rasanten Megafolge Asphalt Legends Your Night. Geht mal wieder weiter was glaubt ihr heute mal online ich mache jetzt so dass ich jede ich kann jetzt nicht jedes mal dasselbe machen wisst ihr und dann komm ich halt jetzt auf die Idee jeden Tag mache ich jetzt Asphalt Legends ihr könnt ihr morgen gucken was morgen so neues kommt heute ist es mal wieder der online Tag also wir spielen wieder online das heißt kürzere folgen wieder und einen weiteren Tag und wir können unsere Belohnung erhalten zehn Klau Pausen für den Mercedes ich habe gerade erst 35 Flaggen glaube ich wir machen wieder ich glaube wir machen das hier wieder macht irgendwie Laune und was weiß der Geier so ich habe keine Ahnung warum das Spiel so süchtig macht oder so genau will ich auch nicht wissen ich möchte jetzt einfach nur durchspielen äh durchspielen kann ich es ja immerhin gibt es jetzt glaube ich schon zwei Folgen glaube ich ich drehe die ganzen Klau Modus mit euch durchspielen das heißt wahrscheinlich werden die nächsten Folgen noch länger ja ich drehe die eigentlich immer um 21 manchmal auch um 22 Uhr die Folgen für Asphalt Legends auf jeden Tag das klappt nicht, was mein Team Ja, nur weil mein Teamkollege mich kaputt gemacht hat, ne? Finde ich halt dumm Denken sie auch noch so, sie können machen, was sie wollen Ja, kein Wunderbarum, mein Teamkollege hat mich umgebracht Ich hab nur noch zwei Monster Energies in meinem Zimmer Bisschen traurig, aber egal Einmal Bad Apple und einmal Lewis Hamilton Jeder kennt ja Lewis Hamilton Ihr könnt ja auch auf Google gucken, wer das ist Falls ihr ihn nicht kennt Auf jeden Fall ist das einfach Formel 1 Ich kann das alles nicht mehr Auf jeden Fall, mein Plan ist heute auch gleich auf Instagram live zu gehen seit langem Aber die Folgen sind auch nicht gerade recht lang Oh Okay Alright Okay Ja, die brauchen mich nur einmal anzutatschen. Was ist hier los? Hori! Geh mal weg! Was ist los hier? Warum sind die plötzlich so krass die Polizisten? Hä? Warum sind die Polizisten plötzlich so brutal krank geworden? Irgendwas ist denn hier los? Alter! Ich komme darauf nicht klar war, was ist mit dem Polizisten falsch? Tasche ich mich nur einmal an. Plötzlich lege ich auf dem Boden wie ein Stück Dreck, wie ein Stück Dreckkorn. So ein scheiß Erdkorn, Alter. Sandkorn meine ich. Oh mein Gott. Ich komme manchmal echt auf dumme Ideen, aber egal. Oh mein Gott. Alter. Ach, komm mal. Eigentlich müsstest du eigentlich direkt hinter den Polizisten versuchen zu kommen. Dann kannst du einfach geradeaus. Du wärst von niemanden angegriffen, weil du ganz weit hinten bist. Aber naja. Du ach, du ach! Warum sind die Polizisten plötzlich so überall krank? Gib Gas! Gib Gas! Ab durch den Bühne! Ab durch den Bühne! Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los war, aber ist mir jetzt auch scheißegal. Habe ich es geschafft? Habe ich es nicht geschafft? Ich habe keine Ahnung. Du kannst nicht zurückkehren. Was ist los? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Oh Mann. Digga, was ist mit dem Polizisten los? Alter! Ich wusste nicht, dass man so krank sein kann. Aber hey! Alles gut! Es hat sich mal noch Spaß. Hoffen wir mal, dass ihr es wisst. Oh Gott! Ist das mein BMW? Ja, ne? Oder? Ja, das sind meine Autos. Na gut. Einmal ist keinmal, oder? So steht es geschrieben. Einmal ist keinmal, oder? Könnt ihr morgen gespannt sein, was morgen als Neustart 2 dazu reingequetscht werden kommt. Dazu kommt endlich. Sch�... A wash Wang Kadir, live untertitel. ich hab den letzten geräumt ja einmal aus der sehne fand der kirche war ja what the fuck fand ich für ein auto warum warum kriegt da einen dort schon warum gab es also warum gibt es eine lamborghini als polizeikarre serien score sind zwei jungen man kriegt fünf man kriegt immer fünf so leute ich glaube das soll es gewesen sein für die heutige mini folge 43 runden ich fand es gut wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten folge wieder bis zum nächsten mal haut rein und tschüss